Ich weiß, wer du bist. Der Anwalt, dessen Familie sie umgebracht haben. Nicht sie. Mein Vater. Aufsetzen. Und jetzt jagst du sie. Adios. Es gibt Beweise, dass das Kartell den Terroristen geholfen hat, zur Grenze zu kommen. Der Präsident hat Drogenkartelle auf die Liste terroristischer Vereinigungen gesetzt. Sie wollen das echt durchziehen. Das wird dann aber unschön. Wollten wir es schönen, wären Sie nicht hier. Du musst uns helfen, einen Krieg anzuzetteln. Gegen wen? Gegen alle. Diesmal keine Regeln. Feindliches Feuer! In Deckung! Sie sollten einen Krieg zwischen den mexikanischen Kartellen in die Wege leiten. Nicht mit der mexikanischen Regierung. Das Mädchen war Zeugin der Mission. Ja, Sir. Wir können nicht riskieren, dass sie in die falschen Hände gerät. Du musst sie beseitigen. Das kann ich nicht. Zwing mich nicht zu handeln. Jeder so, wie er muss. Ich brauche ein Strike-Team, zwei Blackhawks, eine bewaffnete Drohne. Einsatzort? Mexiko. Du hast keinen Grund, mir zu vertrauen. Aber es ist die einzige Möglichkeit, zu überleben. Viel Glück. Auf dieser Seite der Grenze gibt es kein Glück. Auf dieser Seite der Grenze gibt es kein Glück. Auf dieser Seite der Grenze gibt es kein Glück. Untertitelung des ZDF, 2020